Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch Adrian und Juliane vorstellen. Die beiden haben Fabo gegründet. Das ist ein Mehrweg-Fundboxen-System, welches Einwegverpackungen beim Einkaufen den Kampf anlagt. Wie die beiden auf die Idee gekommen sind, was das Ganze mit dem 3D-Druck zu tun hat und was sie sich für die nächste Zeit vorstellen, möchte ich sie jetzt im Interview fragen. Viel Spaß! Ihr seid seit Juni in der Bio-Company mit Take-away-Gerichten vertreten. Wie fühlt sich das für euch jetzt an? Also der Startschuss war auf jeden Fall eine Aufregung. Also man kann es nicht anders sagen. pure Aufregung. Wir haben uns natürlich gefreut darüber, dass wir endlich starten konnten nach der langen Vorbereitungszeit und der ganzen Entwicklungszeit und dem Prototypenbau. Und jetzt einfach mal loszulegen, war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Es war super, super aufregend, also nach so einer langen Zeit dann irgendwie tatsächlich dann mal zu starten und auch das Produkt letztendlich, was ja mit dem 3D-Druck irgendwie mal angefangen hat, dann tatsächlich in dem Laden zu sehen und auch mal einfach in die Hände zu nehmen und verpackt und gefüllt irgendwie mitzunehmen. Also total spannend und aufregend bis heute. Was waren denn so die größten Herausforderungen oder Probleme auf eurem Weg bis hierhin? Ja, also nennen wir es wirklich mal Herausforderungen. Da gab es echt super, super, super viel. Ja, wir haben wie gesagt gestartet mit einem kleinen 3D-Druck, um einfach mal zu testen, wie ist der Verschluss, den wir uns vorgestellt haben? Funktioniert der überhaupt so, wie es ging? Dann sind wir eine Stufe größer gegangen, haben uns erstmal nur den Deckel angeschaut, haben dann halt auch gesehen, ja, könnte in die richtige Richtung gehen. Und dann hatten wir letztendlich dann halt den ersten wirklichen Prototypen, den wir dann auch mal in die Hand nehmen konnten. Und ja, das war, glaube ich, einer der größten Herausforderungen zum Anfang, die uns bis heute noch begleitet, weil wir sind ständig dabei, die Produkte immer noch zu verbessern. Also wir bleiben stehen, es geht immer weiter, sei es andere Größen. Oder die Verschlussthematik ist nach wie vor noch eine Herausforderung, die wir gerade angehen. Das war so viel von der Produktseite und dann gab es, glaube ich, auch noch ganz viele andere Herausforderungen. Ich glaube, an Herausforderungen hat es uns nicht gemangelt. Also alleine der Anforderungskatalog für eine Mehrwegverpackung für Lebensmittel ist immens lang. Also von Material über Befüllungen über, wie schließen wir Recyclingkreisläufe, wie schließen wir generell Kreisläufe, weil wir so nachhaltig wie möglich unterwegs sein wollen. Und wir haben von Anfang an gesagt, Perfektion streben wir zwar an, werden wir aber nicht schaffen. Wir wollen uns stetig verbessern und verändern und an der Stelle weitermachen. Einfach gucken und alle Möglichkeiten ausschauen. Also was sollte euer Produkt auf jeden Fall können? Auf jeden Fall sollte es können, die Einwegverpackungen zu ersetzen. Es sollte langlebig sein. Das war im Fokus. Also Nachhaltigkeit ist ein riesen Wort. Aber bei uns lag halt wirklich der Fokus, ein Produkt zu erzeugen, was halt oft eingesetzt werden kann. Und damit halt auch das Thema Nachhaltigkeit gegenüber der Einwegverpackung halt ankämpfen kann. Zusätzlich natürlich auch die Produkttransport, also als Produktmehrweg-Transportverpackung oder Lebensmittelverpackung muss natürlich auch ein Lebensmittelkontaktmaterial sein. Also die Materialfindung war eine immense Herausforderung. Da natürlich müssen wir jegliche Gesetzeslage betrachten. Gerade jetzt mit der neuen Verpackungsnovelle natürlich spielt uns in die Karten, dass da natürlich auch der Gesetzgeber sich verändert. und nach vorne guckt. Aber trotzdem gab es das Thema Recycling. Wir wollten in Deutschland produzieren. Es gab ringsrum auch Anforderungen aus dem Handel heraus. Also welche Lebensmittel verpacken wir? Wie müssen die Größen sein? Wie ist die Umverpackung? Sprich, wie transportieren wir unsere Verpackungen? Das heißt, wir haben geschaut, welche Standards gibt es schon im Handel? Worauf müssen wir achten? Und dieser ganze Katalog war zum Schluss, ich habe keine Ahnung, zehn, zwölf Seiten lang? Ja, das hatte wirklich kein Ende. Für uns stand auch komplett die Logistik im Fokus. Das war uns auch ganz, ganz wichtig. Deswegen sind wir auch nicht auf eine runde Verpackung gegangen. Und auch eine eckige, weil man dadurch einfach den Platz, der zur Verfügung steht, auch vollkommen nutzt. Da war uns total das Handling wichtig, die Volumina der einzelnen Verpackungen, weil wir ihn nicht am Handel vorbei entwickeln wollten. Also es bringt halt nichts, um eine Verpackung hinzustellen und friss oder stirb zu machen, sondern wirklich auch für die Leute das individuelle Produkt dann auch zu fertigen. Und ihr habt recht früh schon mit dem Thema 3D-Druck angefangen und Prototypen gefertigt. Was war so für euch der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gesagt habt, doch, damit probieren wir das jetzt mal? Bei mir lag ja der Fokus in meinem Studium auf der Produktentwicklung. Und das ist natürlich ein super, super tolles Verfahren, um einfach mal Produkte auch in die Hand zu nehmen. Wir hatten zum Beispiel auch mal ein Inlay geplant gehabt für diese Box. Das sah am Computer super toll aus im 3D-Modell. Und dann haben wir es mal 3D gedruckt und dann war das irgendwie so ein kleines 5-Euro-Keinchen, wo man gesagt hat, ja alles klar, was soll man damit anfangen? Also am Computer sieht immer alles groß und schön aus, auch wenn man da mal ein Lineal oder irgendwas dran hält. Von den Abmessungen her bringt es halt nichts, wenn man das mal dann tatsächlich in die Hand nehmen kann. Also das ist dann erstmal so ein Aha-Effekt. Aber hattet ihr auch irgendwie einen Nachteil, was ihr gesagt habt? Ja, und es ist aufgefallen, also das sah beim Drucken total toll aus, war total gut, aber am Ende hat es beim Produkt dann doch nicht so funktioniert? Oder habt ihr andere Nachteile beim 3D-Modell entdeckt? Wir hatten selber glaube ich nicht irgendwelche Nachteile darin gesehen, sondern eigentlich eher den Leuten, denen wir es vorgestellt hatten. Weil viele haben leider nicht das Vorstellungsvermögen, sich aus einem 3D gedruckten Teil auf das letztendliche Produkt vorzustellen. Teilweise wurde echt gedacht so, naja, das ist ja ganz schön rillig. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Die Farbe passt auch nicht und warum ist hier so ein Muster drauf? Das verstehe ich nicht. Da die Leute abzuholen, dass es sich wirklich um ein Ansichtsmodell beziehungsweise auch um ein Funktionsmodell handelt, das haben wir ja nicht wirklich nachteilig gesehen. Weil man konnte dann die Leute abholen und sagen, worum es sich hier handelt. Aber ich glaube, viele haben echt gedacht, das ist das fertige Produkt. Ist ja auch positiv. Wenn ihr euch beziehungsweise euer Startup in drei Wörtern beschreiben müsstet, wie würdet ihr das machen? Ja, also ich denke mal bei uns steht halt wirklich die Nachhaltigkeit im Fokus. Und da haben wir auch wirklich drei Säulen. Da geht es einmal wirklich um die Produktnachhaltigkeit. Uns ist die soziale Nachhaltigkeit enorm wichtig. Sei es Mitarbeitende einzustellen. Also das Tolle ist in Deutschland, wir haben hier das Sozialsystem. Und da auch nachhaltig irgendwie zu wirtschaften und zu arbeiten, irgendwie gemeinsam was aufzubauen. Und die dritte Säule? Ja, ich würde sagen, wir haben die drei Seiten ökonomisch, ökologisch und sozial. Das sind so die drei, auf die sich unser Unternehmen aufbaut. Ökologisch, das ist ganz klar. Wir wollen Nachhaltigkeit in jedem, versuchen in jedem Bereich mit einfließen zu lassen, sozial. Natürlich, was Adrian gerade gesagt hat, nicht nur unsere eigenen Mitarbeitenden, sondern auch die Mitarbeitenden, die wir beschäftigen extern. Also Zulieferer oder auch unsere Produktion im Allgäu war uns wichtig. Und natürlich auch das Wirtschaftliche, das Ökonomische. Wir wollen gesund wachsen. Wir wollen ein Unternehmen aufbauen, wo wir auch in zehn, zwölf, zwanzig Jahren noch sagen können, das ist ja noch da. Wir können darauf aufbauen. Und wir sind neue Wege gegangen, aber es hat funktioniert. Genau. Wo wollt ihr so in fünf oder zehn Jahren mit eurem Start-up Fargo sein? Tja, also prinzipiell würde ich sagen, sind wir, wollen wir in fünf Jahren auf jeden Fall in Deutschland ein breites Handsystem aufgebaut haben, über den Lebensmitteleinzelhandel hinaus. Also wir fokussieren uns zwar darauf, aber wir freuen uns natürlich auch andere Bereiche mit einbinden zu können. Ob es im Krankenhaussektor ist oder auch in Lieferdiensten oder in Gastro, wie gesagt, ist eigentlich nicht unser Fokus. Das würde sich aber trotzdem mit einbinden lassen. Ja, und darüber hinaus halt einfach grundsätzlich neue Märkte zu erschließen und das dann irgendwann auch über die deutschen Grenzen hinaus. Also wie gesagt, nicht nur den 3D-Druck, sondern auch so Specials wie man auch Steller oder mal zu schauen, wie kriegt man sowas einfach auch, wie sieht das aus, wenn es dann aus dem Druck oder aus dem Laser kommt? Ja, halt auch die Genauigkeit von dem Laser ist halt genial. Also auch das, wir haben das nochmal abgesteckt, den QR-Code, funktioniert das irgendwann frei. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und das können wir jetzt sozusagen auf den Theken hinstellen und haben ein schönes Präsentationsmittel. Man sieht, die Box hat irgendwie gleich eine A, okay, das sind diese Boxen. Hat aber auch noch ein Fenster, was man sozusagen auch wieder zum Thema Nachhaltigkeit, wo man, wenn man mal was anderes hinschreiben möchte oder sich irgendwas ändert, wo man das nur austauscht und nicht immer komplett gleich alles belasert und das dann eigentlich weghauen kann, sondern wir auch mit dem Fenster die Möglichkeit, da mal was auszutauschen. Super, super genial. Ja, ich freue mich total, dass wir als Binders euch auf dem Weg begleiten durften. Da sind wir auch total dankbar drüber. Ja, total. Und im Prinzip so die Entstehung auch nicht entdecken durften. Und das, ja, ich finde das ein total spannendes Thema. Und drücke ich ganz so die Daumen, dass ihr da weiter erfolgreich seid. Vielen, vielen Dank. Das können wir wirklich nur zurückspielen. Also wir sind auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir das ja alles so nutzen konnten und auch wirklich so anfangen konnten, um das einfach mal in die Hand zu nehmen. Also das war für uns Gold wert. Ja. Dankeschön für eure Zeit. Vielen Dank dir. Wenn ihr Lust auf weitere Workshops oder Interviews habt, dann schaut die Links bei dem Video vorbei, was ich euch verlinkt habe. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert uns und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. moje